So, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin im Videostritt von unserem gestrigen Ausflug zur Dance Academy hier in Magdeburg. Da habe ich vom Nils, von den Darukis, mir Breakdance beibringen lassen. Ist offenbar ein cooles, cooles Video dabei rausgekommen. Und da schnipple ich jetzt hier gerade mal so ein bisschen zusammen. Und ich meine, der finale Tanz, der ist grandios. Also unbedingt nachher einschalten bei YouTube auf unserem Kanal Die Schäfers. Es wird amüsant, wie immer. Ja, das ist schon mal zu sagen. Und ja, Fremdschämen ist angesagt. So, ihr Süßen, ich bin raus aus dem Büro und bin schon parallel irgendwie am Kochen hier gerade. Heute gibt es Königsbär Klopzer auf Wunsch einer einzelnen Dame, die sich dann doch dazu entschieden hat, ich möchte das doch nicht essen. Aber ist ja auch hier haltet. Video ist fertig, kommt 20 Uhr raus, 19 Uhr, erst mal noch ein Livestream mit meinen Jungs von der Band auf Instagram. Und ja, ich hau euch jetzt zumindest schon mal einen Trailer raus. Könnt ihr mal sehen, was euch da erwartet. Einen wunderschönen guten Morgen. Wo fahren wir jetzt hin? Ich kriege Tanzstunden. Gustav, stell mir doch mal vor, wer ist denn dieser nette, junge, hübsche Mann mit der roten Kappe? Vor allem Juppe. Das ist aber eng, du. Der erste Grundtritt, bevor man... Oh, okay. Oh, okay. Hübsche! Nee, ihr habt da auch keine Lust mehr! Also grundsätzlich bin ich erstmal zufrieden. Aus dem Lutz noch mal das heißt, ich jetzt hier mit den Beinen zuziehen. Sehr gut, sehr gut. Ach, danke mal. Nee! Nee!